Und er hat einfach seinen Schwengel mehrfach in die Kamera gewamst, bei 24.000 Live-Zuschauern. Es ist nicht allzu viel passiert, aber es sind schon ein paar große Sachen. Ein Sommerloch. So, große Sachen. Ah, Penis, Sommerloch, Vagina. Ich mache hier gerade ein Mikrofon rum, ihr hört es an der schlechten Soundqualität. Wir sind zurück, auch das hört ihr an der schlechten Soundqualität. Und wir stecken unsere großen Podcast-Pimmel in der Sommerloch. Ja, da rühren wir richtig drin rum. Es ist natürlich trotzdem viel passiert. Das hat vor allem den Grund, dass wir eine Woche wieder ausgesetzt haben. Es ist manchmal so, dass es Sommer, liebe Leute, wir haben noch ein Privatleben. Wir haben noch andere, auch noch Berufe auszuüben. Ich musste diesen großen Influencer-Imp besuchen. Ist so, ich war währenddessen in Magdeburg, habe da jemanden besucht. Es ist alles, alles sehr, sehr schwierig gewesen. Aber jetzt wieder der Nikolär-Podcast und hoffentlich nächste Woche auch. Mal gucken, wie wir das mitmachen wollen. Das ist auch eine sehr gute Frage, denn nächste Woche ist die Gamescom. Vielleicht könnte ich mit der Erotus auf der Gamescom aufnehmen, aber erfahrungsgemäß wird dafür nicht so viel Zeit sein. Das ist dann irgendwie... Also fährst du schon am Freitag hin, oder wie ist das? Ich fahre schon Donnerstag hin. Ah, okay. Na gut. Ja. Das heißt, entweder fällt es wieder aus oder wir überlegen uns was. Es ist wirklich gerade zeitlich äußerst knapp. Es tut mir leid. Und danach, der Gamescom, ist ja auch schon Japan. Und irgendwie war jetzt noch nicht so ganz geklärt, was da eigentlich passiert. Ob ihr das jetzt zu zweit macht, du und Herr Ratz. Oder ob wir es schaffen, da irgendwie fortzuarbeiten mit Hörerwünschen oder so. Aber ich finde es schon... Also vier Wochen Hörerwunsch ist dann halt auch nicht... Weißt du... Das ist dann nicht so aktuell. Zwei oder so wäre okay. Aber es kann ja auch der Gag sein, weißt du, dass man irgendwie sagt, wir predicting die Zukunft, machen echt so einen Brennpunkt und tun so, als wäre das halt passiert. Dass wir uns irgendwelche Nachrichten ausdenken und die dann vorstellen. Jein. Also ja. Also weiß ich nicht. Suboptimal, sag ich mal. Und vor allem heißt es vier Stunden aufnehmen und dann nochmal jeweils wahrscheinlich eine Stunde schneiden pro Ding. Ja gut, das stimmt, ja. Und das sind dann auch schon wieder acht Stunden, die ich dann auch vor Gamescom vor allem... Für die Reisevorbereitung. ...theoretisch noch machen will. Das ist alles nicht optimal, liebe Leute. Es ist wirklich... Oh, Suffering from coole Sachen passieren. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber heute sind wir für euch da und liefern euch wieder den besten Brennpunkt, der heute rauskommt. Ich fände es witzig. Wenn du mit Herr Ratz machst, fände ich es schon sehr witzig. Das ist dann so ein bisschen chaotisch, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ist leider dann wahrscheinlich über Discord, aber ich meine, vier Wochen geht das mal. Das war ja gewohnt zur Corona-Zeit. Das ging ja da auch nicht anders. Da war ich ja noch damals in Gera gewesen und Distanzen, Distanzen. Ja, und da gucken wir mal. Also ihr werdet schon irgendwas mitbekommen. Außerdem werdet ihr ja auch vielleicht nicht so den Bedarf an Podcasts noch haben, wenn ich euch auf meinem Zweitkanal noch jeden Tag zulabere oder vielleicht jeden zweiten, vielleicht auch jeden dritten, vielleicht jeden vierten. Aber ich werde wahrscheinlich schon relativ viele Videos da hochladen. Nice. Auf dem Zweitkanal halt eher so Update, jo, was machen wir jeden Tag und was geht. Und dann natürlich hinterher auf Nostarafo.tv so ein paar Prank-Videos, die dabei entstehen. Aber alles über Handy quasi. Du hast alles da schneiden und so und hochladen. Genau. Da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber ich werde es nicht so krass kompliziert machen. Das Ding ist, wenn ich Skate-Videos am Handy schneide, muss ich ja immer so reinzoomen und so. Und das dauert manchmal ein bisschen. Und das ist hier nicht nötig. Ich denke mal, das kann schon gehen, muss dann halt gucken, dass ich hinterher das Video nochmal so croppe, damit man das Wasserzeichen von dem Editor nicht sieht. Ah. Ja, und ich weiß nicht, wie ich das mit Thumbnails dann mache unterwegs. Das wird alles ganz komisch. Aber ich hoffe, ihr freut euch drauf. Da wird auf jeden Fall der Content reinrödeln. Livestreams wird es ja auch noch geben. Und dann finde ich das eigentlich auch gut, wenn ich euch dann nicht noch podcastmäßig volllabere. Wie ist es eigentlich mit Datenvolumen in Japan? Ja, wir haben jetzt heute das Internet bezahlt. 3 GB haben wir auf jeden Fall, so wie ich es verstanden habe. Da stand halt, es könnte sein, dass es nach 3 GB langsamer wird. Vielleicht reicht das dann nach diesen 3 GB nicht mehr für Livestreams. Das ist ja voll wenig. Aber an sich, nein, jeden Tag natürlich. Ach, jeden Tag. Easy. Jeden Tag. Das ist ja easy. An sich kann es auch sein, also wir haben infinite Datenvolumen, aber es wird halt vielleicht gedrosselt nach 3 GB. Ist ja auch schon. Das war irgendwie, ich weiß nicht, das steht halt vielleicht. Aber selbst wenn man 3 GB hat, kann man schon 1-2 Stunden Livestream machen und dann lädt man halt irgendwie das Video über Nacht oder weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Das wird schon irgendwie gehen. So. Schon spannend. Ich bin sehr gespannt drauf, was du so Content-mäßig bringen wirst. Und ich bin gespannt, was wir heute Content-mäßig bringen werden. Ich auch. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet und wir senden euch ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir berichten, was die letzten 2 Wochen oder eher 1,5, denn wir haben heute, was haben wir denn eigentlich, Freitag. Heute ist Freitag. Ihr hört es am Sonntag und vielleicht passieren ja noch ganz, ganz schlimme Dinge in diesen 2 Tagen. Oder auch schöne Dinge. Oder das. Und das ist aber egal. Wir berichten nämlich auch so ein bisschen, was noch die Woche davor passiert ist, weil wir ja ausgesetzt haben. Wir sind... Ähm... Toni? Also das ist mir zu generisch. Okay. Ich bin Thomas. Das ist viel weniger generisch. Okay. Dann bin ich Robert. Sehr schön. Thomas und Robert. Ja. Und wir begrüßen euch ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wirklich schön, dass ihr noch da seid. Auch wenn wir gerade so unregelmäßig sind. Es ist der Wahnsinn. Grüße gehen raus. Grüße gehen auch raus an eine ganz bestimmte Person, oder? Liebe Grüße nach Tübingen. Unsere Hörer in... Tübingen, warum bist du so hügelig? Ja, liebe Grüße. Die Person war schon wenig meiner. Und andere müssen jetzt sich überlegen und nachdenken. Was könnte er denn meinen? Aber ich verrate es nicht. Du Schellen. Ich bin der Mysteriöse von uns beiden. Okay. Du bist auch der, der hier irgendwie den Kuglux-Clan aufgedeckt hat. Übrigens, Leute, nochmal ganz kurz in eigener Sache. Ja, ist vielleicht auch ganz interessant, bevor wir hier in die Themen so quer einsteigen. Tino hat es jetzt tatsächlich geschafft, die zweite Folge The Last of Us zu gucken. Ja, zwei Folgen. Und es ist schon richtig nice. Mir gefällt es richtig gut. Ich mag diese Pilzinfektion. Ich finde das echt... Also, das sage ich selten, aber das finde ich ganz schön. Sagst du das beim Sexualpädagogik sein auch immer? Auch immer. Schön, dass ich einen Pilz habe. Freut mich für Sie. Ja, sehr, sehr geil. Der ist der Beratungsgast für heute. Komm schon rein. Hallo. Tag. Ja, das ist natürlich schön. Ich wollte noch eine andere Sache in eigener Sache sagen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich kann auch vom KKK berichten, wenn du möchtest. Dann berichte vom KKK und zwar jetzt. Kuglux-Clan, genau. Ich weiß nicht, ob wir darüber berichtet haben, aber vor zwei Jahren haben als Kuglux-Clan verkleidete Männer auf Klimaaktivisten geschossen mit Paintball-Waffen. Und die Personen hatten wirklich Todesangst. Und da war gerade die Gerichtsverhandlung. Und die wurden jetzt zu Haftstrafen teilweise vorurteilt. Aber hier in Deutschland oder wo? Sachsen-Anhalt, genau. Aha. Und zwar einige hatten Vorstrafen schon mit Gewalt und so weiter. Und die haben irgendwie Haft bekommen. Andere Bewährung. Andere wiederum nur Geldstrafen. Und das Urteil ist gerade gefällt worden. Ich finde dieses Bild einfach unfassbar krass. So KKK-Kurs-Clan, Leute mit weißen Kutten und Paintball-Distolen. Ja, das ist ja genau falsch rum. Die sind ja die langweilig Angezogenen. Die müssen ja so ein bisschen bunte Farbe. Die müssen bunt werden. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Das haben die falsch verstanden. Die wollten vielleicht einfach nur zum Duell auffordern, so ein spielerischer Auseinander. Guck mal, wir wollen nicht mehr als Gespenster rumlaufen. Schießt mal bitte zurück auf uns, damit wir schön bunt sind. Aber weil die halt auch gleichzeitig sehr dumm sind, haben die nicht bedacht, dass die anderen ja keine Waffen haben zum Zurückschießen. Ja, und vergessen das zu verabreden einfach. Am nächsten Mal, liebe Leute, entweder andersrum machen, dass die Klimaaktivistinnen auf die KKK-Leute mit Paintball-Waffen schießen, aber nur unter Konsens. Oder halt lieber Lasertag spielen gehen. Das ist ungefährlicher. Macht übel Spaß. Warst du mal ein Lasertag-Spiel? Lasertag war ich noch nicht. Paintball habe ich mal gespielt. Das ist auch so weh, oder? Ja, aber das ist doch Teil des Spaßes, dachte ich. Okay, gut. So BDSM-Club-mäßig. Ja, kommt drauf an. Äh, geil. Jedenfalls ist es gerade gewesen, da ist das Urteil gefällt worden nach wohl längerer Verhandlungen, jetzt seit Juni bis jetzt. Und es hat wohl zwei Jahre gedauert, bis da wieder was passiert ist. Warum heißen die eigentlich Kuh-Klugs-Klan, wenn die gar nicht so klug sind? Weil die Kühe aussehen, so weiß, weiß. Sie haben weiß und so schwarze Flecken, also schwarze Löcher. Okay. Wahrscheinlich kommt das daher. Klankriminalität, ja, da haben wir es wieder. Ja, das stimmt. Das sind nicht immer nur die Ausländer, das sind doch manchmal die Deutschen. Die Weißen. In Sachsen ist das schlimmste Klanklimans-Land-Lität. Anhalt, Sachsen-Anhalt. Ah, okay. Na gut. Erstmal als kurze Meldung, wollte ich euch eher ins Ende tun und weil du es so angesprochen hast, habe ich jetzt mal schon das vorgezogen. Fand ich einen spannenden Move. Ja. Äh, ein spannender Move für mich war diese ganze Magic-Sache. Da kommen wir jetzt mal rein, bevor wir hier zu den großen Themen kommen, wie Trump hat wieder 98 Anzeigen und so. Ähm, Magic, ja, haben wir angesprochen. Ist jetzt auch schon eigentlich veraltetes Thema. Da gab es ja diesen einen Ring, so. Diesen einen, der nur einmal gedruckt wurde. Ach so, ja. Von Herr der Ringe, der eine Ring. Ja. Und der ist gekauft worden für 2,6 Millionen von Post Malone. Aber es bleibt halt trotzdem einfach nur eine Karte, ne? Das ist eine Karte. Ja, okay. Krass. Was sagst du denn das so abfällig? Na ja, ich weiß nicht. Der eine Ring, der ist jetzt in jedem Format, der ist parasitär. Der ist einfach... Das ist ja wie Geld selber, das ist ja auch so ein Stück Papier, das aber eigentlich überhaupt nichts wert sein sollte. Aber wir geben dem eine Bedeutung. Und so wurde auch die... Oh, ich schwitze übel jetzt, Alter. Das ist warm, Leute. Sie geben aber auch diesen Ring, dieser Karte so viel Bedeutung, dass es halt 2 Millionen Dollar wert ist. Finde ich krass. Ja, aber Post Malone kennst du. Das ist ja eigentlich ein Musiker. Der ist Rapper. Ein Musiker, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob Rapper die perfekte Bezeichnung ist, weil der singt schon auch sehr viel und macht so Autotune-Gelumbe und so. Aber er scheint ein sehr, sehr sympathischer Typ zu sein. Er hat Gesichtstattoos, der ist doch gefährlich. Da gab es jetzt... Ja, auf jeden Fall. Da gab es jetzt auch das Video, wie der Typ, der es aufgemacht hat, also die Karte wirklich geöffnet hat, aus einem Booster, die so richtig schlecht einpackt. Also wenn du das als Magic-Nerd siehst, ja. Du siehst, da ist so eine 3 Millionen Euro-Karte und der hat die nur so einer einranzigen Folie drin, also in so einer Hülle und nicht irgendwie dreifach versiegelt oder so. Und der hat die so in der Hand und zittert übelst, ja. So. Und dann... So, und der hat es jetzt verkauft. Also er hat sich ein normales Booster-Pack geholt von Magic. Genau, zufällig ist dieser Ring drin. Ja, der nur einmal gedruckt wurde. Da ist der krank. Ja. Das ist ja auch schon schlecht irgendwie organisiert auf Seiten von Magic, The Gathering, weil ja... Es könnte ja sein, dass mal so ein Pack einfach verloren geht oder vernichtet drüber weggeschmissen, dann wäre ja die Karte weg gewesen. Auf jeden Fall. Ich hätte es auf jeden Fall sehr lustig gefunden, hätte der Typ die einfach genommen gesagt, fuck off, 2,6 Millionen, was will ich damit? Ich gehe auf den Vulkan und schmeiße den Ring da rein. Witzig, ja. Aber hat er nicht gemacht. Das hätte ihn unsterblich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich wette auch, von dieser Aktion hätte er irgendwie profitieren können. Ja. Ja, same. Aber nicht ein Post Malone. Aber vielleicht wäre ich trotzdem zu einem Vulkan gefahren, hätte da so hingehalten und dann verkauft. Das ist auf jeden Fall, ja, der den Aufwand wert. Ja. Und dann, huch, fällt sie rein. Naja, dumm gelaufen. Das wäre schon sehr, sehr geil. Aber wo gibt es denn hier so einen aktiven Vulkan, wo du wirklich, also die Lava brodeln siehst? Gibt es das überhaupt auf der Welt in der Form, wo man... Das gibt... Also natürlich gibt es das hin und wieder, aber so, dass einer... Dass du weißt, ich gehe da jetzt hin und ich sehe Lava, das gibt es, glaube ich, eher nicht. Glaub ich auch nicht. Aber ist nicht auch Deutschland irgendwie so mit inaktiven Vulkanen gefüllt? Im Thüringer Wald oder so, oder? Aktiver Vulkan nordwestlich von Tokio. Hier, guck, der hättest du in Japan machen können. Asama. Vielleicht der. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass der so brodelt. Der dampft... Ja, obwohl... Doch, guck, da ist wie so eine Esse. Ja, das wäre schon witzig. Oder hättest du ja auch einfach mit Queenscreen machen können oder so. Ja. Naja, wie dem auch sei, ich werde in Japan sein, wusste dir das schon, ich freue mich. Obwohl ich erst so richtig Ruhe habe, wenn ich wirklich da bin, weil es kann ja noch tausend Sachen irgendwie dazwischen kommen. Dass du verhaftet wirst in China zum Beispiel. Ungefähr sowas. Ach, das wird nicht passieren. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Alter. Ja, also das Post belohnt ein riesiger Magic-Fan. Auf jeden Fall, einer der größten Magic-Nerds. Krass. Aber man muss sich mal überlegen, der hat Fuck-You-Money und trotzdem nur ungefähr 20 Magic-Decks, ja. Also 20. Ich habe alleine irgendwie 15 oder so. Natürlich auch viel mit gedruckten Karten, aber trotzdem. Und er hat halt erstens keine gedruckten Karten, nur gekaufte und zweitens nur die wertvollsten. Ja, aber trotzdem, wenn du die Möglichkeit hättest, so... Das ist ja wie, weiß ich nicht, alleine so ein Umme hat ja irgendwie 20 Longboards an der Wand hängen, weißt du. Und das macht ja jetzt reicher keinen Spaß mehr, wenn du jetzt irgendwie die Möglichkeit hättest, jede Karte zu bekommen und sagst hier, dein Assistenten, hier kauf mal für eine Mille einfach alle Karten, die du finden kannst. Das ist ja auch blöd. Ich bin mir auch sicher, eine Million würde nicht reichen. Und er hat sich so aufgelegt und gesagt, ey, ich kaufe mir einmal im Monat vielleicht ein Pack und dann ist sie voll groß, wenn ich eine kreise Karte drin habe. Damit ich mir jetzt auch als reicher Mensch noch was Schönes gönnen kann. Ja. Aber wenn wir gerade noch bei diesem Thema sind, ich weiß, das ist natürlich nicht so für jedermann und jeder Frau, aber trotzdem muss ich darüber reden. Denn Magic hat sich jetzt geöffnet diesen... Also was heißt es sich geöffnet? Sie haben mitbekommen, dass das sehr profitabel ist, wenn man so andere Marken verwendet und da Magic-Sets draus baut. Also Doctor Who zum Beispiel gibt es. Jetzt hatten wir ja Herr der Ringe, wie gesagt. Pokémon wäre auch cool. Pokémon gibt es bis jetzt noch nicht. Das wäre ja sehr witzig. Magic-Pokémon-Karten. Dann würde ich vielleicht mal Pokémon spielen. Cross-Promo, sag ich dir. Die haben halt jetzt auch gerade 30-Jähriges gehabt und haben im Zuge dessen die nächsten drei bis vier Jahre vorgestellt, was so passieren wird. Was insane ist in die Zukunft blickend. Und da kam halt auch raus, dass sie für Final Fantasy, für Fallout und für Assassin's Creed auch solche Custom-Sets machen. Und das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also Final Fantasy ist ja auch eine große Leidenschaft, ein Hobby von mir immer gewesen. Und dass diese beiden Sachen sich jetzt überschneiden, ist schon sehr, sehr weird irgendwie. Aber noch als Frage zu diesem Ring, den Postmelone jetzt hat. Ja. Was kann denn die Karte eigentlich? Also ist sie irgendwie besonders? Die ist sehr, sehr gut. Also das Ding ist, die ist so gut, dass eine andere Karte sofort gebannt werden würde, weil die in jedem Scheiß Deck jetzt ist. Also sie kommt, für vier Mana kommt die ins Spiel, du hast erstmal Schutz vor allem einen Zug lang. Also du kannst keinen Schaden nehmen oder sonst was, nicht gezielt werden von irgendwas. Und dann zieht die Karten. Und jeder weiß, der Mensch, die spielt Kartenvorteil, gewinnt das Spiel. Die zieht im ersten Zug eine, dann zwei, dann drei, dann vier. Das ist halt insane. Und das größte Problem ist, dass sie dir auch Leben verlieren lässt. Aber die Leben, die du verlierst, sind halt auf der Karte quasi drauf. Also du verlierst auch erst ein, zwei, drei, vier Leben. Aber wenn du eine neue spielst, weil das ist halt richtig ein Flavor-Fail, sagt man. Du spielst den, den Ring kannst du ja bis zu viermal haben, obwohl es der eine Ring ist. Spielst den, dann geht der erste weg und du fängst wieder bei null Leben an quasi, die du verlierst. Hätten die das einfach so gemacht, dass der Lebensverlust auf dir als Spieler markiert ist, dann wäre die okay. Okay, aber so ist es richtig fucked up. Und die ist in jedem Scheiß-Deck. Und nur weil das halt dieses Set so hart gepusht hat und diese ganze Promo-Action so, wird das jetzt nicht gebannt. Ach so. Aber sobald alle Pakete verkauft sind, wird die bestimmt irgendwann gebannt. Okay. Und gebannt heißt vom offiziellen Rat der Magic-Karten, die sagen dann hier... Darf nicht mehr gespielt werden. Wo dann Post Malone und Michael Wendler drinnen sitzen und so, die sagen dann nee. Also in Commander, was Post Malone hauptsächlich spielt, darf man das garantiert noch spielen, weil da darfst du jede Karte nur einmal haben. Da ist die halt nicht so schlimm. Aber in den 60-Karten-Dingern wird die garantiert irgendwann gebannt, wenn das durch ist. Die sind einfach zu krank. Okay, finde ich spannend. Ja. Naja, stell dir mal vor, die hätten das jetzt gebannt, bevor der eine Ring gefunden worden wäre. Der wäre direkt übelst getankt im Preis, was natürlich auch die Preise für die Pakete an sich senkt. Weißt du, weil diese Chase-Karte nicht mehr da ist. Aber ich dachte auch, der Preis war deswegen so hoch, weil es die nur einmal gibt, die Karte. Also die Version gibt es einmal, aber es gibt die Karte in verschiedenen Versionen. Ach so, okay. Ich dachte, okay. Ja. Gibt es insgesamt nur einmal. Also es gibt die Version, wo Elbisch draufsteht, nur einmal. Also der Text in Elbisch, die gibt es nur einmal. Und spielt auch der Post Malone auch Wettbewerben richtig? Stimmt. Also will sich jetzt nicht so krass Tournament Magic, so irgendwie Weltmeisterschaften. Weltmeisterschaften. Wenn ich jetzt nach Erfurt fahre, wo manchmal auch Dion ist und spielt dann Post Malone rein und sagt hier... Unwahrscheinlich. Schade, okay. Ja, gut. Das war genug Magic. Kommen wir mal zu den großen Themen. Ja, die ganz großen Themen. Das Jugendwort des Jahres. Oh ja, stimmt. Das habe ich immer gar nicht aufgeschrieben. Wird gerade wieder abgestimmt. So Aufstimmung freigegeben. Man kann bis September noch abstimmen. Denn der Stuttgarter Langenscheid Verlag gehörte wie jedes Jahr diesen Begriff. Letztes Jahr war es Smash, der gewonnen hatte. Und ich lese mal die kurz vor. Ihr werdet sie eh schon von der Tagesschau gehört haben, von der Sprecherin. Aber wir können ja mal durchgehen, ob wir die kennen. NPC ist ja klar. Das ist ein non-playable Charakter und so. Das ist aber eine Beleidigung, weißt du das? Ja, das ist jemand, der halt nicht wichtig ist. So, wie man so da am Rand steht. Darf er so? Kannte ich jetzt nicht, aber kann man sich gut erklären, ob das darf er so. Wie wenn jetzt irgendwie Post Malone die Karte kauft. Und dann kommt irgendwie von der Seite hier Ascher und sagt irgendwie, es erreißt die einfach. Sagt Post Malone, darf er so. Macht er einfach. Das finde ich ganz schlimm. Sexistisch. Nur er darf das. Stimmt. Kerl in. Kann man machen. Also Kerl mit Genders da und in. Wäre für mich Unwort des Jahres auf jeden Fall, weil also beide Lager gehen mir nur noch auf den Sack. Ich will damit einfach gar nichts mehr zu tun haben. Slay ist noch. Slay heißt doch sowas wie, finde ich geil, ne? Nee, sondern Slay sagt man, das sagt halt Jackie andauernd. Weißt du, wenn irgendwie meine Mutter gutes Essen macht, Slay. Slay Queen. Also was Gutes. Ja, die slayt halt, die startet alle ab, so krass ist die. Also als der Magic-Typ hier die gerade ausgepackt hat, hat er gesagt, oh Slay. So ungefähr, ja. Geil. Das ist immer mein, woran ich das festmachen möchte. YOLO, YOLO, der verkauft die Karte halt. Ja. Und sagt, komm. Aber also ganz ehrlich, wir können es nicht nach zehn Jahren schon wieder YOLO auspacken. Wenn es das wird, dann hasse ich alles. Aber ich denke eher, dass die Jugend von heute das wieder ausgepackt hat. Ja klar. Und das jetzt ironisch, haha. Aber das ist doch dumm. Trotz allem. Dann Digger. Ja, Digger ist irgendwie auch jedes Jahr. Auch ein Klassiker. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist die Alpha-Armee von Montana Black, die das jedes Jahr da irgendwie reinbringt. Und das ist ja eh schwierig. Ich habe jetzt mal so ein Video angeguckt über den. Und der hat ja echt mal gesagt, man sollte Menschen, die rassistisch sind, nicht ausgrenzen. Alle Menschen sind irgendwie gleich. Und man soll irgendwie jeden so nehmen, wie er ist. Und auch rassistische Menschen sind halt so, wie sie sind. Und weil sie die niemals verstoßen. Montana Black, Fail der Woche. Ich weiß nicht. Er hat ja das eins zu eins so gesagt. Ja, das ist schon... Er hat sowas gesagt. In einem Video war das so. Auflock. Ja. Aber das weiß ich nicht, was das heißen soll. Ja, so ganz locker halt, Auflock. Was los? Aber das ist auch wieder scheiße, weil Skater sagen seit Jahrzehnten Onlock, weißt du? Und das ist ja einfach quasi jetzt nur die eingedeutschte Variante. Auch wenn es ein bisschen was anderes bedeutet. Aber das ist ja peinlich. Die Skater sind einfach euch voraus, liebe Jugendliche. Also wenn man locker ist, einfach so chillig sein, das ist man so Auflock. Ja, dann weißt du, wir sitzen hier Auflock, Alter, ganz entspannt. Und machen Podcast. Kann auch ein Zugführer sagen manchmal. Dann feier... Da dachte ich auch schon dran. Dann hat eine Disney-Figur ein Comeback, nämlich Goofy. Ist zurück. Auch hier Skater wieder voraus. Goofy sagen wir auch seit 40, 50 Jahren. Goofy ist nämlich, wenn dein rechter Fuß vorne steht, Goofy fahren. Aber Goofy hat quasi... Ihr seid so lame, ey. Ihr Generation Z, ey. Ihr seid so lame. Also Goofy ist dann quasi jetzt immer dumm. So ein bisschen dämlich. Kann das sein? Wahrscheinlich. Voll Goofy, Alter. Ja, Riz ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich nicht verstehe. Ritz. Das habe ich auch noch nie gehört. Riz, Alter, was Riz? Ist geritzt vielleicht. Riz. Kannst du mal nachschlagen, deinem Butterbuch hier. Das ist jetzt hier eine wichtige Recherche. Bedeutung, Verwendung. So, Riz. Boah, Alter, diese ganzen Aufplop-Dinger, Alter. Riz gehört Bedeutung. Boah, fick dich. Postbenachrichtigung. Redet von der Fähigkeit, charmant und gut im Flirten zu sein. Abgeleitet. Ah, von Charisma. Na klar, Alter, der hat Riz, Mann. Riz, Mann. Finde ich gut. Fett Riz. Dann noch ein Anglizismus, nämlich Side Eye. Ja, das ist auch von so einem Meme entstanden. Da geht es die ganze Zeit, Critical Side Eye und so und das ist dann voll cool. Wenn man so, ne, Side Eye, so Side Eye halt. Okay. Das ist Much. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, NPC würde ich verstehen, weil das ist dieses Jahr groß geworden, ähm, ja. Also für mich wäre es, glaube ich, Slay. Das habe ich am höchsten gehört. Ja, Slay auch, aber Slay ist meiner Meinung nach auch nicht dieses Jahr. Das ist auch, das höre ich auch schon seit drei, vier Jahren. Das ist auch meistens mit Versatz so ein bisschen. Ja, weil die Jugend so langsam ist. Die Jugend von heute. Ja, das ist auf keinen Fall der Langenscheid-Verlag, der hinterher hält. Dann ist es auf jeden Fall die Jugend, die sich keine neuen Wörter ausdenken kann. Ich bin einfach viel, viel schneller unterwegs als die Jugend. Weißt du, die kommen ja nicht mehr hinterher. Die kommen ihren eigenen Jugendwörtern nicht mehr hinterher, ey. Echt langweilig. Dicker, ich habe die alle schon vor 20 Jahren gesagt. Das darf ja so, ne? Ja. Darf einfach hier. Richtige NPC ist die Jugend von heute. Nee, also ich wäre dafür, dass NPC gewinnt. Also mein Underdog ist Goofy, weil ich bin einfach riesen Goofy-Fan von Disney. Aber ich denke eher, dass Slay gewinnt. Das wäre auch mein Vote, glaube ich. Und NPC, na gut, ja. Also ich muss dazu sagen, Side-Eye ist auch definitiv dieses Jahr groß geworden. Von daher würde ich das akzeptieren. NPC ist ja auch so ein Trend, da haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Das tut man so einen Game-Character und dann so, hm, jam, jam. Ja. Apropos Game-Characters. Wisst du, was die Game-Characters nicht machen dürfen? Heiraten. Den Floss-Dance in Fortnite, dürfen sie nicht. Aber nicht überall in Fortnite, sondern nur im Holocaust-Museum in Fortnite. Ah, ja. Ich meine, ich war vor einem Tag ein Gast wieder beim Buchenwald mit ein paar Jugendlichen, hab da eine Führung mitgemacht. Und ich dachte, ey, nice, ich hab so scheiße geschlafen. Ich geh da hin und lass mich einfach nur berieseln von dem Guide dort. Alter, ich kater Frühstück. Ich lass mich heute nur berieseln bis die Buchenwald. Das kann man immer mitnehmen, ne? Nee, 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 das war ja klar, das war der Hinfall. Ich hab so schlecht geschlafen, ich dachte, okay, bevor ich echt nur mitlaufen muss und ich muss da nicht arbeiten, so. Also nur aufpassen auf Jugendliche. Und dann sind halt drei Menschen mitgekommen, die halt kein Deutsch sprechen von uns und wusste ich aber gar nicht. Und der Guide konnte ich nicht gut Englisch. Da ich dann quasi übersetzen durfte, die ganze Zeit, was der Guide da gesagt hat. Da ich dann so drei, vier Stunden da, ähm, wie heißt das, Translator gemacht? Ja. Wie kam ich da jetzt drauf? Genau. Jedenfalls ging es ja auch darum, um Fotos machen dort, ne? Wo dann ja auch gesagt wurde, ja, also es gibt Bereiche, wo man Fotos machen darf, aber vermeidet es vielleicht irgendwie Totenkopf-Fotosachen anzuhaben, Selfies zu machen und so. Das ist schon irgendwie ein bisschen pietätlos. Ja, Selfie in Buchenwald ist schon irgendwie strange. Da gibt ja einige Jugendliche, die bei Instagram oder TikTok so vorausspätzt Fotos machen und irgendwelche lustigen Tänzer aufführen. Wahrscheinlich ist das jetzt verboten worden, wa? Na, also, hier geht es ja nicht um Buchenwald, es ist ja einfach, ein jüdischer Mensch hat ein Holocaust-Museum entwickelt oder entworfen, designt. So, und die Spielplattform Fortnite verbietet das halt, da zu tanzen. Du kannst ja diese Tanzanimationen zu machen in dem Spiel, das weißt du ja bestimmt. Achso, in dem Spiel gibt es ein Holocaust-Museum. Ja. Achso, ich sage jetzt Möglichkeit, achso. Was, in Auschwitz steht jetzt so ein Fortnite-Grenzmal, oder was? Ich war jetzt verwirrt, da sind so ein Pub-Up-Store dort oder so, keine Ahnung. Ne, 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 im Spiel gibt es ein Museum, ein digitales Holocaust-Museum. Ist das nicht absolut absurd? Das ist ja voll goofy, Alter. Ich meine, zur Not kann man sagen, ja, die jungen Leute, die werden damit konfrontiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht getrollt wird. Naja, also ich glaube, es ist ja da auch mehr Gefahren als Nutzen da drin. Ja, Gefahren nicht, aber halt. Ja, doch, die Gefahr davon ist, ob jemand das braucht, dass man da Quatsch macht. Ja, das würde ich jetzt nicht als Gefahr bezeichnen, das ist halt dann Getrolle und ist dann halt Kacke, aber... Das ist schon respektlos, ich finde das nicht gut. Ich glaube, ich hätte als Fortnite gesagt, Leute, ja, klar, Holocaust-Gedenken ist ja alles richtig, mach das mal, aber an so einen Ballerspiegel, an so einen Holocaust-Denken mal reinsetzen, weiß ich nicht, Digga. Das ist schon ein bisschen... Nicht-Slay. Nicht-Slay. Ja, aber ich finde, das ist für mich so ein bisschen die witzigste Meldung gewesen, die letzten Tage. Da habe ich ein Zeitei drauf. Ja. Ich glaube, wenn er es richtig benutzt ist, keine Ahnung. Nee, finde ich nicht gut. Das ist wie die Diskussion um Stolpersteine. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo eine Tochter einer Holocaust-Überlebenden gesagt hat... Nee, nee, ich glaube, sie war selber Holocaust-Überlebende, nur noch als ganz kleines Mädchen. Und die sagte, dieses gegen Stolpersteine, weil man ja wieder auf den rumtrampelt, auf den Leuten. Wo man die Gegenseite sagt, aber trotzdem kann man ja Stolpersteine irgendwie einfacher gestalten, einfacher umsetzen, als irgendwie an so Häuserwänden das anzubringen. Und du kannst die auch irgendwie vor Wohnhäuser setzen, wo jüdische Menschen gelebt haben zum Beispiel. Ich finde dieses... Also man muss es nicht zu sensibel machen. Man läuft auf den... Man trampelt auf den Leuten rum. Das ist aber auch nur, wenn du die Intention hast, das so zu lesen. Also das finde ich Quatsch. Da kannst du auch sagen, wenn du durch Buchenwald läufst, dann läufst du auf den Leichenbergen rum, die da halt vor Jahren noch lagen. Indirekt läufst du auf den... Ja, aber wenn du nicht diesen Gedanken dabei hast, tust du das nicht. Dann laufe ich ja auch auf 30 Rentnern rum, die in dieser Wohnung schon gestorben sind, weißt du. So viele, meinst du? Na, keine Ahnung. War das mal hier ein... Das ist ein altes... Ich sage dazu nichts. Nee, aber ich sehe halt nur, wenn die Kritik von den Betroffenen kommt, muss man immer so gucken, wie geht man damit um. Auf jeden Fall war mir völlig neu, dass das halt umstritten ist. So Gelenksteine. Aber gut, kommen wir gleich zum nächsten Thema, was weniger Holocaust bin haltet. Okay, die Alien-Anhörung. Da schien ja, fragt sich seit Wochen... Mein Mann ruft gerade an. Wann kommt denn da was? Willst du da rangehen? Mal ganz kurz, mal fragen. So, Tino, wie warst du mit deiner Mutter? War gut, hat keiner gehört. Das waren jetzt richtig intensive Gespräche, Alter, wie ihr euch angeschrien habt. Das war ja unfassbar. Ja, also... Mein Mann ist halt NPC. Tino geht einfach immer mit der Zeit. Wer hoffentlich auch mit der Zeit geht, ist Kay Sennett aus New York City raus oder so. Überleitung des Todes. Es gab diese Woche... Ich habe vor allem eben mit der Alien-Anhörung angefangen wegen Dachinia, aber ich weiß dazu immer noch nichts. Ich habe es mir einfach nicht angeguckt. Es tut mir leid, Dachinia. Es gab eine Alien-Anhörung. Ja, es gibt ja irgendwie Aliens oder so. Sie sind jetzt zu schnell geflogen. Da wurden die jetzt angehalten. Sie müssen sich jetzt vor Gericht verantworten. Nein, das ist halt echt ein großes Ding. Stell dir mal vor, im Bundestag würde so eine Anhörung passieren und sagen, ja, es gibt Aliens. Das ist da halt mehr oder weniger passiert. Also es gibt die, die... Die Vereinigten Staaten haben vertuscht, dass sie seit langem schon wissen von Raumschiffen, die nicht... Ich labere nur Scheiße. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es nicht nachgelesen. Es tut mir leid, Dachinia. Es ist halt gerade viel zu tun. Alien-Anhörung. Jetzt habe ich sie zumindest mal erwähnt. Okay, also... Dann müssen wir beim nächsten Mal drüber sprechen, weil ich finde es ziemlich spannend. Weil ich bin auch der Überzeugung, dass es auf jeden Fall Aliens gibt. Aber ich glaube nicht, dass wir Kontakt zu denen hatten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die vertuscht wurden von... Das stimmt. ...Elementen der US-Regierung. Und das wird gerade... Das kommt gerade ans Licht. Und deswegen gibt es diese Anhörungen im Kongress. Mehr dazu weiß ich aber nicht. Natürlich ist mir auch gerade nicht so wichtig. Solange die nicht hier aktiv rumlaufen, die Aliens, ist ja noch alles in Ordnung. Ironischer Sprechen, Gottverdammt. Ja. Dann willst du wohl den Podcast nicht mehr ironisieren. Ja, weil mir ist das nämlich aufgefallen bei den letzten zwei Sachen, wo dann so Themen waren, wo ich hinterher dachte, Alter, hätte man das jetzt quasi andersrum aufgedröselt, wäre das halt richtig witzig gewesen. Aber ich habe es dann wieder ernst genommen, obwohl es halt so eine sinnlose Scheiße war. Ah, verstehe. Naja, gut. Was ich nicht ernst nehme, ist Kay Senat, der wahrscheinlich nicht mehr so heißt. Das ist irgendein Influencer, der hat ein Treffen gemacht und wollte Giftcards verschenken in New York City. Und da kamen seine ganzen Fortnite-Holocaust-Museum-Leute, die da gesagt haben, ach du Scheiße, der ist ja übelst Fame. Den wollen wir treffen. Und es gab einfach einen riesen Massenaufstand, ein Tumult. Da gibt es so Luftbilder von, das ist insane, was da geht. Und im Endeffekt musste er in so einer Limousine flüchten. Und da haben sich... Was erwarten die denn auch? Ohne Spaß. Das sind Bilder wie aus Afghanistan, als die Taliban übernommen hat. Die haben sich auf diese scheiß Limo draufgeschmissen und sind auf diesem Auto mitgefahren und sind dann in voller Fahrt bei 50 Meilen pro Stunde von dem Auto geklatscht. Das war insane, Alter. Wie kann man so simpen, Alter? Verstehe ich nicht. Ich finde das irgendwie weird. Ich meine, ich bin ja auch ein riesen Fan von Fahri in Urlaub zum Beispiel. Wenn der aber jetzt hier bei einem Lastenrad fährt, möchte ich mich da jetzt auch nicht irgendwie dran ketten oder mich draufschmeißen. Fahri nehme ich mit. Das ist schon echt insane. Aber also Playstation-Giftcards, hallo? So viele NPCs, die da rumgelaufen sind, Alter. Ist so, ist so. Also das waren auf jeden Fall krasse Bilder. Auf der anderen Seite ist auch der YouTuber, wenn der irgendwie... Er schon als Fame-Monster, wenn der schon so eine Stadt sich ankündigt, mit Fan-Treff. Wir kennen es ja von MCM hier in Weimar, ist ja nicht nichts anderes. Wenn er jetzt was ankündigt und danach noch so Giftcards raushauen will, klarkommen da Milliarden Menschen und machen da einen auf Riots. Ist so. Bei MCM würde das wohl noch härter aus SKD wahrscheinlich. Ja, das war einmal voller Menschen. Aber er verschenkt halt nichts, außer Bier an Minderjähriger. Wurde immer behauptet zumindest. Wurde behauptet. MCM hat jetzt das ungefähr 328. Mal gesagt, er will aufhören mit Bier trinken. Cool, finde ich gut. Und das sagt er zwei Tage, nachdem er einen Instagram-Livestream gemacht hat, wo er in zwei Minuten eine Flasche Bier weggehext hat. Alkoholfreies Bier bestimmt. Wir glauben an ihn. Es gab noch einen anderen Livestream-Fail, da will ich direkt überhören. Ja, gerne, gerne. Vielleicht habe ich den auch falsch ausgesprochen. Kai und dann mit C Senat. Senat hieß der. Der andere, keine Ahnung wie der hieß, finde ich euch aber raus, wenn ihr das möchtet. Und das war ein Livestreamer, der so, ja, gefeiert hat, dass er irgendwas geschafft hat, sage ich mal. Und wie feiert man das? In-Game gibt es ja dieses Teabagging. Welches Spiel? Ich wüsste es nicht. Auch irgendein Fortnite oder so. Ach so. Ist auch egal. Twitter. Der heißt iShowSpeed. Also Speed heißt der. Und ja, also Teabagging gibt es halt in echt. Und in verschiedenen Spielen macht man das halt so, dass man sich so über einem Gegner so runterbeugt. Er hat sich aber dagegen entschieden, das im Spiel zu machen. Er hat stattdessen quasi so in die Kamera getwürgt, aber halt mit dem Schwanz und nicht mit dem Arsch. Also nach vorne so. Ah, dass man die Beule gesehen hat. Ja. Das Problem bei der Sache ist, dass er nur eine Unterhose anhatte, die quasi von einem Knopf vorne gehalten wurde. Ah, kein Problem. Und er hat einfach seinen Schwengel mehrfach in die Kamera gewamst. Bei 24.000 Live-Zuschauern. Ja, das sieht man schon was. Und dann so. Oh. Oh shit. Das war schon. Also das ist auf jeden Fall der beste Livestream-Fail diese Woche. Ja, der hat twerken falsch verstanden. 24.000 Leute schauen zu, wer seinen Schwanz da rein... Also so richtig in die Kamera rein. Fast die Webcam umgeschmissen. Aber ist er gebannt worden dafür? Ich weiß es nicht. Ich kann mal nachgucken, ob da irgendwie iShow Speed, Fortnite Spin, Skin... Zeigt versehentlich seinen Penis und geht viral. Hab ich schon mal gesehen, den Typen, ja. Influencer flutscht im Livestream der Penis aus der Hose. Flutscht der Penis aus der Hose. Auch schön das Ding. Die Frage ist, ist der gebannt? Aber der ist 18. Ui. Ui, das war ja knapp. Ja, so ein paar Monate früher. Wenn der 18 ist, da kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht bei einem Band auch ein bisschen entspannter sind, sage ich mal. Wenn man sagt, ach, der Kleine, der will sich besser. Je jünger, desto besser. Also erst jünger, desto harmloser ist es wahrscheinlich. Will be banned not banned. Also aktuell ist er nicht gebannt. Das ist doch gut für ihn, da freue ich mich. Dann war das ja einfach ein richtig guter viraler Move. Ja, hat Werbung gemacht. Vielleicht sollte ich das auch mal tun, aber ich bin halt nicht mehr 18. Nee, nicht mehr ganz. Wer auch nicht mehr ganz 18 ist und nicht mehr am Leben, der Nechrolog muss sich wieder füllen, ist, ihr werdet ihn alle kennen, liebe Leute, auch wenn ihr den Namen nicht kennt, Jürgen Kluckert ist gestorben. Das ist der Sprecher von Benjamin Blümchen. Das ist der Synchronsprecher von Benjamin Blümchen. Das habe ich abgelesen. Und von Mr. Krabs, was man nicht vergessen darf, noch vielen anderen bekannten Figuren. Der ist gestorben, also er ist 43 geboren, 23 gestorben, 80 ist er geworden, also sehr jung. Also ich finde, 80 ist noch kein Alter zum Sterben. Der hat schon eine sehr ikonische Stimme, muss man sagen. Vor allem ist es halt auch krass, wie unterschiedlich der spricht bei Benjamin Blümchen und bei Mr. Krabs. Also bei Mr. Krabs ist der ja so ein bisschen aggressiver. Und bei Benjamin Blümchen ist der ja ein ganz lieber Onkel. Aber trotzdem hört man, dass es der gleiche Sprecher ist. Ja, natürlich, natürlich. Und da gibt es auch diesen total tollen Moment in der deutschen Synchro von Spongebob, als der fliegende Holländer Mr. Krabs aufsucht im Krankenhaus, weil er ihn irgendwie, weiß nicht, was er antun will, kastrieren oder so. Und da versteckt sich aber Mr. Krabs so unter seiner Bettdecke und sagt so der fliegende Holländer, sind Sie Mr. Krabs? Und Mr. Krabs so, ich, nein, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Das finde ich, es war halt riesengroß, da geht er nur um Deutschen so. Und es war halt irgendwie ein richtig lustiger Move. West in Peace, Jürgen Kluckert, du bist im Brennpunkt-Nekrolog aufgenommen worden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Würde ich auch sagen, so verglichen mit anderen Leuten, die die letzten Wochen gestorben sind, würde ich bei dem sagen, ja, okay, cool. Die Stimme meiner Generation. Ich meine, irgendwie sind auch schon verschiedene von Spongebob gestorben. Ich glaube, der Tadeus, Synchronsprecher, ist gestorben. Ich glaube, auch der von Plankton, wenn ich richtig liege. Und jetzt von Mr. Krabs, es gibt einen Fluch bei Spongebob. Oh, 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 du musst hier deinen Homie beschützen. Hoffentlich nächstes Jahr gut ziehst du mal, wenn der tot ist, dann ist, weiß ich nicht, dann ist die Synchronwelt in Deutschland tot. Ja. Meine Meinung. Was auch tot ist, ist die Debatte zum Thema Trans-Personen im Sport, zumindest im Schwimmsport, denn im Schwimmsport dürfen jetzt Trans-Menschen in einer eigenen Kategorie antreten. Mhm. Es gibt quasi jetzt eine offene Kategorie für alle Menschen sozusagen im 500-100-Meter-Rennen. Und hat der Schwimmsverband gesagt, hier, offene Kategorie für alle. Ich finde das eh frech, weil Männer haben einen ganz klaren Vorteil beim Schwimmen. Die haben nämlich eine zusätzliche Flosse, so eine Finde quasi. Ja, so eine Turbine quasi, die sie anschmeißen können. Ja. Aber finde ich gut, das ist eine Lösung, die ist vielleicht nicht perfekt, aber es wird keine perfekte Lösung geben. Aber wenn man jetzt, stell dir mal vor, also ich glaube zumindest, dass wenn die, wenn es jetzt so offene Kategorie gibt, die sich durchsetzt, dass alle irgendwann nur noch offene Kategorien machen. Wollte ich gerade sagen, theoretisch wäre das möglich, aber wenn dann halt wiederum alle gebürtig männlich mit Penis oder was auch immer männlich gelesenen Leute dann gewinnen und halt jemand, der eine Vagina hat, vielleicht fast keine Chance hat, dann ist wieder Kacke, ne? Aber ich höre von so vielen Seiten noch, was ich so lese, dass der Vorteil gar nicht so riesig ist, also von Cisleuten. Klar im Kraftsport. Beim Schwimmen auf jeden Fall, aber bei anderen Sachen auf jeden Fall. Klar, im Kraftsport wahrscheinlich nicht, aber es gibt so einige Sportarten. Da habe ich mal von irgendeinem Fall gehört, dass irgendeine Sportlerin gegen eine Transfrau geklagt hat, obwohl die beide wie auf Platz 180 oder so waren. Und die Transfrau war auch nur irgendwie eine Sekunde schneller als die andere Person, wo echt dieser Unterschied marginal war. Also so groß sind die wohl gar nicht und durch, wenn du halt auch Hormone nimmst und so weiter und dich anpasst, also auch körperlich anpasst an das Geschlecht, dann verschwinden auch die Unterschiede immer mehr miteinander. So groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Das finde ich jedenfalls eine gute Nachricht, dass der Schwimmsport anfängt. Vielleicht sollten wir auch mehr auf unsere Gemeinsamkeiten gucken und nicht immer auf die Unterschiede. Die meisten Menschen haben zwei Augen. Also alle, die zwei Beine und zwei Arme haben, dürfen mitschwimmen, die anderen dürfen nicht. Ganz einfach. So, Punkt. Ja. Finde ich gut so. Nee, aber hast du das mitgekriegt? Da gab es neulich so einen Schwimmer, der keine Arme hat und der hat alle Rekorde geschlagen. Der ist schneller als Leute mit Armen. Der ist wie so ein Delfin. Gern die geschlagen auch ohne Arm geschlagen? Nee. Okay. Ja, witzig. Aber der ist wie so ein Delfin geschwommen. Der Nachteil ist halt, dass der immer Vollspeed in die Wand reinballert. Es geht halt nicht anders. Er braucht so einen dicken Helm wahrscheinlich. Da ist halt kein Polster, der hat keinen Helm, der ballert einfach in die Wand rein. Oh, ich bin so schnell. Aber er schlägt halt jeden Rekord. Das ist echt insane. Oh, ist auch nicht gesund für den Kopf. Naja. Wir brauchen eine... Was willst du schon noch Gehirn zählen, wenn du irgendeinen Weltrekord hast? Das stimmt auch wiederum. Da hast du recht. Wer auch einen Weltrekord hat, nämlich in abgebrannten Häusern, ist Hawaii. Leider. Da gibt es eine Stadt, ich weiß bis heute nicht, wie man sie perfekt ausspricht. Lahaina. Lahaina. Die ist quasi dem Erdboden gleich gemacht worden durch Wildfires. Das ist ja eh so ein Ding die letzten zwei Wochen gewesen. Ganz, ganz groß kommen wir auch gleich noch zu. Das gab es schon immer. Ja, das ist jetzt auch kein Grund, die Politik zu ändern. Nee, warum auch? Auch die Überflutung in Erfurt und Jena und so, die letzten Tage, das ist ja auch... Nee, das... Das gab es ja... Wetter. Das ist Wetter. Das ist dieses Wetter. Ja, und das ist halt echt insane. 20.000 Leute haben da, glaube ich, gewohnt. Das ist eine wunderschöne, sehr kulturträchtige Stadt gewesen mit so einem ganz berühmten Baum, der irgendwie so, also mehrere, aber halt so fette Bäume, die so zusammenwachsen. Also so richtig fetten Stammen, die dann oben so ganz, also parallel zum Boden, so horizontal wachsen. Und das sieht richtig insane aus. Und das hat so halbwegs überlebt, immerhin. Und eine Kirche, wo dann die ganzen Christen wieder ankamen, oh, ein Zeichen Gottes, die Kirche steht noch, wo ich mir denke, oh ja, geil, da sind so viele Leute verreckt in dem Feuer, aber das Haus steht noch, danke Gott, wirklich. Der kann ja echt alles nehmen, Gott, wenn der so ein Jesuskreuz noch irgendwie dran klebt irgendwo, oh, das ist ein Zeichen Gottes, auf jeden Fall. Aber ich sag's mal, wenn den Leuten dieser Glaube irgendwie hilft vor Ort, dann ist ja okay, also wie viel krass, krasse Schicksalsschläge es da gab. Die Leute mussten halt alle ins Wasser fliehen, waren da im Meer quasi irgendwie acht Stunden, während ihre Heimatstadt vor ihren Augen wegbrennt, nur um zu überleben und müssen da halt immer untertauchen und kriegen halt schlecht Luft, weil natürlich auch alles voller Ruß ist und alles. Das ist echt insane, viele, viele Tote, ich glaube, die offiziellen Zahlen sind erst irgendwie bei 120 oder so gewesen, aber es sind noch über 1000 vermisst und man weiß ja, dass das... Kann man sich ja vorstellen, was das rauskommt, ja. Genau, und das ist echt insane. Hawaii hat das nicht verdient. Aber Gott ist sowieso nicht mehr cool in den USA, denn es gibt erst evangelische, evangelikale Christen in den USA, die Bibelstellen ablehnen, weil die zu links sind und zu woke sind. Es wird tatsächlich in verschiedenen Kirchen und in solchen Reden quasi Bibelstellen weggelassen und gekürzt und rausgestrichen, weil Jesus ihn dazu links und zu verweichlicht ist. Witzig. Eine Stelle zum Beispiel ist, wenn dich jemand auf eine Wange schlägt, musst du die andere Wange hinhalten. Das ist nicht mehr männlich genug und das ist zu woke. Ist das so? Und das wird jetzt... Die Stelle explizit, habe ich nachgelesen, soll nicht mehr jetzt vorgetragen werden und es ist wohl eine ganz neue Bewegung in den USA, die wurde durch Trump vor allem angestoßen worden ist. Machst du jetzt dieses Thema auf hier, ja? Ich mach's schon mal auf, denn seitdem Trump wohl an der Macht war, haben sich wohl viele christliche Verbände sehr geändert. Auch halt so pro Trump, weil es Putin sagen, aber pro Trump. Und ja, jedenfalls wird sogar jetzt Gott und Jesus in Frage gestellt und ist den zu woke. Das ist witzig, weil woke heißt ja so viel wie erwacht, ja, oder aufgewacht. Oder ist er literally erwacht. Er ist, erstens ist er von den Toten wieder auferstanden, aber wenn er damals schon woke war und jetzt zu woke ist, müsste das ja eigentlich implizieren, dass zwischendrin etwas eingeschlafen ist, weißt du? Nee, alle anderen haben sich verändert, nur nicht die Kirche. Also man kann ja nur woke sein, wenn man vorher geschlafen hat und wenn Jesus schon immer in dieser Form woke war, muss er ja, also wann hat er denn geschlafen? Nach seinen drei Tagen nochmal. Gute Frage. Aber geil. Schön, dass du jetzt hier den Jesus wieder reinquetschst. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über Brände reden, aber ist okay. Achso, können wir auch machen. Ich habe hier so eine geile Karte, Firms US Canada, von der NASA ist das direkt. Da sieht man, wo die ganzen Wildfires gerade sind. Das ist eine Karte von Nordamerika und man kann sagen, ganz Kanada brennt. Man muss auch dazu sagen, dass Kanada eigentlich relativ nördlich ist, wo es vielleicht kälter sein sollte. Nee, das ist schon war an dort. Natürlich gibt es da auch sehr viele Bäume. Also das ist schon richtig, richtig insane. Also solchen Aufnahmen will ich aber nur sagen und nur mal darauf hinweisen, es gab ein Sommerinterview mit Bernd Höcke bei Daniel Ebert, einem Lokaljournalisten aus Suhl und der hat nämlich Höcke eine Statistik gezeigt mit Kriminalstatistiken der letzten 30, 40 Jahre und so, weil Höcke immer braucht, die Kriminalfälle nehmen zu. Und es ist halt so, wie es eigentlich immer gleich bleibt, er rückläufig ist, die Straftaten insgesamt in Deutschland. Und Höckes Antwort, nach was auch für ihn erledigt war, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Naja. Das war für ihn erledigt. So ist politische Arbeit. Hier ist es ganz genau so, traue keiner Grafik mit brennenden Wäldern, die du nicht selbst gefälscht hast. Meine Meinung. Scheiß Nasa. Ja. Ja, du hast ihn hier jetzt schon gesehen, du hast ihn gerade groß gemacht, Herr Trump. Es gibt dieses kleine, schöne, virale Foto von Trump, wie er sehr niedergeschlagen und erschöpft wirkt. Stimmt und sehr alt. Es gibt mittlerweile 94, ich habe vorhin eine Zahl gesagt, aber ich glaube es sind 94 Anklagen, die gegen ihn laufen. Und die vier großen habe ich ja im letzten Podcast schon erwähnt. Und der letzte hat jetzt quasi am meisten Zähne, dieses Georgia-Ding. Und das ist wirklich eine wundervolle Sache. War das dieses irgendwie, find mir noch stimmen, ist das? Wo Trump halt den Gouverneur angerufen hat und sagt irgendwie, find me votes, damit ich halt Biden in diesem Bundesstaat besiegen kann und so. Was ist schon eine Aufforderung zur Wahlfälschung sein könnte möglicherweise. Und das wird ihm jetzt auf die Füße fallen. Ja, wie gesagt, nach wie vor steht natürlich offen, ob das eben das Rückgrat brechen wird in Sachen von der Wahl. Man könnte ja trotzdem noch gewinnen. Aber man merkt auf jeden Fall, wie so ein bisschen die Partei gerade zerbröselt, weil es halt diesen harten Kern gibt. Das war ja schon immer so, egal was Trump macht, wir wählen den auf jeden Fall, wir wollen keinen anderen. DeSantis war ja auch so ein großer Typ, der jetzt auch gerade wieder sehr, sehr leidet. Also auf seinem, hier tropft es gerade aus der Dusche, irgendwie random, auf seinem Campaign-Trail hat er auch so ein, ich glaube in Minnesota oder so, ist ja auch egal, hat er so eine Rede halten wollen und alle schreien einfach nur stundenlang, we want Trump, we want Trump. Und alle gucken so auf der Bühne und so richtig überfordert und wissen nicht, was wir machen sollen und so, okay, hört jetzt auf, sonst hören wir auf. Und sie hören halt nicht auf. Das ist großartig, Alter. Aber was ich eigentlich bei Trump sagen wollte, es gibt ein richtig geiles, virales Video, ich weiß leider gerade nicht, von wem das war. wie so Mega-Leute getrollt werden und da muss ich an dich dachten. An mich dachten. An mich dachten. An dich denken. Du musst an dich dachten. War schon beim nächsten Gedanken. Das ist nämlich genau dein Ding, weißt du. Geil. Der macht das, was ich immer in Sachsen machen wollte, aber irgendwie kam es nicht dazu oder ich hatte Angst oder weiß ich nicht. In Freital. Nämlich in Freital hingehen und einer von euch sein, weißt du. Genau dieses Ding hier und denen dann halt so eine gewisse, so eine gewisse Doppelmoral vorwerfen. So und da sind jetzt diese Mega-Leute, also Make America Great Again, die diese Mützen aufhaben und mit den Fahnen, Trump, Trump, Trump und dann geht er dahin und sagt, ey, das ist wirklich schlimm, diese Regenbogenfahnen und diese Leute, die sich nur darüber identifizieren. Das ist so scheiße und die so, ja, genau, ja, das ist schlimm, die haben nichts anderes im Leben, ja und dann stehen die da mit ihren Fahnen rum und zwingen das Kindern auf, zoomt die Kamera raus, steht halt so ein kleines Kind daneben mit so einer Trump-Fahne. Ja, ich kenne die Videos. Es ist fucking großartig und das ist halt jetzt nochmal ein neues und 10 von 10. Finde ich auch gut. Ich hätte aber überlegt, dass man einfach mal zu irgendeiner AfD-Demo geht oder irgendwie zu so einer Querdenken-Demo und denen Punkte aus dem EIP-Programm der AfD vorliest und behauptet, dass sie von den Grünen wären und gucken, wie die reagieren. Ne, das kannst du nicht machen. Dass man sowas vorliest wie, ja, die Grünen, die wollen übrigens die Einkommenssteuer abschaffen, was die Haupteinnahmequelle der Kommunen ist, heißt keine Kindergärten mehr, keine Schulen mehr, alles muss man selbst bezahlen und so. Finden Sie das? Oh, das geht ja überhaupt nicht. Ja, soll man so eine Partei wählen? Ne, das geht auf gar keinen Fall. Ach, übrigens, das war nicht die Grünen, das war die AfD. Dann mal gucken, was die Wiese reagieren. Traue Klein-Walk-Programm, was du nicht selber gefälscht hast. So eine Art. Das sind Sachen, die ich voll feiere. Ja. Gut. Das Internet feiert außerdem noch einen großen Skandal, den ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Tut mir leid, aber Leines Tech-Tipps. Ich will es zumindest mal erwähnt haben. Und ich kriege auch ein bisschen Halsschmerzen, Alter. Vielleicht musst du dann mal weiterreden. Aber alle werden gerade krank im Umfeld. Nein, das erlaube ich nicht. Das Trailer-Kreuz für dieses Wochenende in Erfurt. Leines Tech-Tipps hat irgendwie ganz viele kleine Skandalchen gehabt. Das ist ein großer YouTube-Kanal und der wurde outgecalled von Nexus Gaming und haben jetzt ein Entschuldigungsvideo gemacht. Das typische YouTuber-Entschuldigungsvideo. Und die haben es tatsächlich fertiggebracht, da ein Product-Placement reinzunehmen. Wir lesen, haben sie nicht gesungen. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Das ist wirklich ganz, ganz komisch. Und das ganze Team ist da vor der Kamera. Das war halt halbwegs noch einfach nur Kacke. Aber jetzt kam halt noch eine Mitarbeiterin raus und hat so einen langen Twitter-Thread gemacht, dass da auch ganz viel Scheiße passiert ist. Und das ist jetzt ganz groß, aber ich kannte den Kanal nur, dass er existiert. Bin da nicht so drin. Ist mir auch egal, aber ich habe es erwähnt. Guckt selber nach, liebe Leute. Ja. Was ihr auch bald mal entschuldigen solltet, sind diese ganzen Streaming-Dienste wie Disney Plus zum Beispiel und Netflix, die jetzt auch, also auch Disney möchte jetzt das Account-Sharing einstellen. Das ist spannend. Weil es bei Netflix echt gut ankam, leider. Die konnten echt in massen Weise Verzeichnungen von neuen Accounts ausmachen, neuen Bezahlkunden ausmachen. Das ist so dumm, Alter. Echt Unspaß. Das ist genau dasselbe Problem mit den Vorbestellern von Videospielen. Wir machen unfertige Spiele. Das ist ja auch jetzt Baldur's Gate 3, kann ich ja auch mal erwähnen. Baldur's Gate, sorry, dass ich dir das reinträgst. Aber Baldur's Gate 3 wird ja gerade so gelobt, weil es einfach von einem, naja gut, kleines Team kannst du nicht sagen, aber ein Leidenschaftsprojekt ist, wo halt nicht irgendwie ein unfertiges Ding abgegeben wurde, wo alle sagen können, Alter, das ist richtig geil, da steckt Liebe drin. Schneidet euch doch mal eine Scheibe von ab, ihr fucking AAA-Leute, die nur noch halbfertige Spiele auf den Markt bringen. Aber solange die Leute dich Kohle ausgeben, solange wird das auch weitergehen. Das ist richtig fachend. Und Disney möchte aber auch eine werbebasierte Version rausbringen, wo du dann so 8,99 bezahlst mit Werbung halt, Disney bloß. Aber ich kann gerade empfehlen, gerade gibt es alle Staffeln von Hümer Werder Hämmerd. Eine Serie, die ich richtig gefeiert habe. Ja, aber der Typ ist auch schwierig irgendwie, ne? Ja, Tim Allen ist ja schwierig, aber die Serie war auch relativ, ähm, wie kann man sagen... Sexistisch? Nee, halt nicht, sie haben versucht, das zu kritisieren in vielen Stellen, auch diese Männlichkeit, weil Tim Allen so diesen Mann spielt, hau, 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 aber immer wieder auf die Schnauze fliegt und die Frau eigentlich immer die Kluge ist. Aber es ist natürlich trotzdem eine andere Zeit gewesen und würde man so nicht mehr produzieren, auch Tim Allen ist schwierig, aber ich habe nochmal jetzt angefangen zu rewatchen, so ein bisschen. Ich kann das trennen, also wenn ich jetzt herausfinden würde, dass Jerry Stiller, also Arthur Spooner, irgendwie Leichen im Keller gehabt hätte, also tatsächliche, würde ich trotzdem Kim of Queens noch gucken. Ist auch eine geile Serie. Aber ist das bei dem so bei Arthur, ne, ne? Ne, das ist ein ganz lieber. Ist ja gestorben inzwischen, der, ne? Der ist leider, ich glaube, mit Paaren 80, Ende 80 irgendwas. True. Aber der war, der hat ein gutes Leben gehabt, glaube ich, ja. Wer kein gutes Leben aktuell hat, ist Michael Wendler. Gut so. Genau, denn er wollte ja sein großes Comeback feiern, er hat ja seinen Telegram-Kanal quasi eingestampft, zum großen Teil, und möchte keine Politik mehr machen, nur noch Musik wieder machen und möchte halt wieder in die Öffentlichkeit gehen, aber keiner will mit ihm arbeiten. Und jetzt gab's halt diese Veranstaltung Schlager unter Palmen, die nächstes Jahr im Mai stattfinden soll. Ich weiß grad gar nicht, wo. Jedenfalls hieß die so. Bestimmt Malle. Wahrscheinlich. Muss Malle sein. Kann sein. Und auf jeden Fall wurde jetzt, wurde halt jetzt das Lineup angekündigt so und dann ganz viele Stars, die auch dabei sind, gesagt, was, Wendler auch, und haben dann quasi zurückgezogen wie Ross Anthony und noch andere, und dann gesagt, die wollen mit solchen Wurbler nicht auftreten. Vor allem, die sich davon nicht distanziert haben, ja. So Naidu, der jetzt inzwischen auch sagt, irgendwie, was ich gesagt hab, war nicht richtig, kann nicht verstehen, dass man mit dem auftreten könnte, so. Und unter Umständen aber Michael Wendler, der ja immer noch die Überzeugung ist, weil er sich davon nicht distanziert hat, da muss ich nicht wundern, wenn halt keiner mit ihm arbeiten will, wo nachdem Rhein weiß, die Schlager-Stars abgesagt haben, wurde jetzt Schlager und der Palm ganz abgesagt. Nein. Ja, ganz traurig. Also für alle, die von euch Karten dafür hatten, ihr kriegt das Geld zurück. Das können nur die Flippers noch retten. Gibt's ja nicht mehr. Nur noch Olaf, den Flipper. Und eins wollte ich noch sagen, der Fallschleiter hat dann irgendwie noch rumgemeckert so, ich will das doch alles unpolitisch haben, ist mir doch egal, was die privat denken, aber Alter, du machst das ja politisch, indem du so einen Idioten einlädst, der halt so solche, der Deutschland mit dem Holocaust verglichen hat, also die Corona-Regel mit dem Holocaust verglichen hat, das kann man einfach nicht machen. Wenn du so unpolitisch entscheiden willst, lade halt Stars ein, die nicht politisch sind. So, ganz einfach. Ich bin froh, dass diese Zeit wenigstens vorbei ist. Natürlich gibt's jetzt hier dieses Wärmepumpen-Ding und die Grünen und alles, das gibt's natürlich auch alles noch, aber dass die ganzen Spacken hier montags nicht mehr lang laufen, finde ich gut. Die laufen lang. Ja? Ja, absolut. Echt? Ja, jeden Montag immer noch. Aber nicht mehr bei mir. Bei dir nicht, ja, die laufen immer noch hier, Thalerplatz, Schillerstraße, Erfurter Straße, doch jeden Montag. Oh, ich hab gehofft, dass das mit dem Krieg jetzt auch langsam durch ist, das hat immer so eine Halbwertszeit von einem Jahr. Nee, nee, die haben halt immer nur neue Themen. Erst war es ja Corona und so, jetzt ist halt der Frieden, den sie angeblich haben wollen. Weimar, die Stau zu voll heißt das. Ich möchte auch nochmal, ich hab da als Disclaimer auch schon mal gesagt, dass das nicht so eine einfache Sache ist wie bei Corona, finde ich, weil zu sagen, die wollen uns alle hier Bill Gates spritzen, ist was anderes als wir wollen Frieden, aber natürlich ist das alles ein bisschen... Au contraire, ich muss da widersprechen, denn es sind mir die Demos alle paar Wochen mal an, am Teeplatz, weil das rumläuft und es sind AfD-Fahnen dabei, es sind Deutschland-Fahnen, die dann so überschwenken zum Russland-Fahnen. Ja, das weiß ich alles. Und Reichskriegs-Fahnen, das ist problematisch. Natürlich. Wenn man solchen Faschus mitläuft, hat man riesen Problem. Aber die Oma Hilde, die da mitläuft, kann ich weniger verurteilen, wenn die besten Gewissens sagt, ich will keinen Krieg, als wenn die besten Gewissens sagt, ich glaube, ich krieg einen Chip gespritzt. Das ist, was ich meine. Dann soll sie halt am Straßenrand stehen wie die anderen komischen hier Freiheits-Friedenskämpfer in Weimar und irgendwie da eine kleine Kundgebung machen, aber nicht mit Faschus mitlaufen. Auch eine Oma muss darauf hin, dass sie dann Faschus mitlaufen. Also das finde ich genauso schlimm, ehrlich gesagt. Ich würde da gerne Unterscheidungen machen, weil meine Welt nicht schwarz-weiß ist, Tino. Nee, die Welt ist eben nicht schwarz-weiß. Deswegen kann man ja auch sagen, ey, es gibt noch mehr außer Faschus, die für Frieden sind. Ja, die Welt ist nicht schwarz-weiß-rot. Genau. Ich laufe bei den Roten lieber mit, weißt du? Ich finde die ja niedlich, die jetzt immer hier an der Schillerstraße stehen und so hier diese Plakate hochhalten, diese Gelb mit Welt ohne Waffen und so. Das finde ich ja süß, das finde ich ja nett. Aber mit Faschus mitlaufen geht nicht. Da kann auch Oma Gerda sagen, was sie will, aber das ist nicht in Ordnung. Na gut. Dann handhaben wir das halt so. Ja. Und eins noch, und zwar, die Ärzte-Fans dürfen sich freuen, denn jetzt am Sonntag, so für euch heute, wir müssen noch ein paar Tage warten, am 20. August gibt es neue Nachrichten von den Ärzten, von die Ärzte. Und zwar eine Tresor-Nachricht. Was ist denn Tresor? Wurde so genannt. Tresor, das Datum wurde es genannt. Und darf man gespannt sein, was da passiert. Am 20. August. Das ist jetzt am Sonntag, also heute für euch. Guten Ankündigung. Noch ein Album. Ich wünsche mir, dass es ein Album ist. Ich wünsche mir noch eine Tour. Und ich wünsche mir aber auch langsam mal, dass sie sagen, finito. Ich glaube, es ist ganz okay inzwischen. Also, nee, also ganz ehrlich, wenn sie sagen, finito, dann muss nochmal ein fettes Doppelalbum kommen. Ja, auf jeden Fall. Sie können nicht jetzt nach diesem quasi Doppelalbum nochmal ein kleines machen und sich dann verpissen. Da muss nochmal so ein richtiger Knüller. Ich wünsche mir, sie kündigen an, neues Album. Danach gehen wir auf fette Tour, reißen nochmal in alle kleinen Käffer. Ja, danach machen wir den Sargnagel zu. Das wäre, was ich mir wünschen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich habe das auch schon lange gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich unbedingt brauche. Also, von mir aus können die auch mit 80 noch. Und Farin Urlaub hat ja auch das letzte Mal so ein Klimading rausgehauen und hat gesagt, dass er ja da auch nicht unschuldig ist mit seinen ganz vielen Reisen. Und vielleicht macht er jetzt halt nicht mehr jeden Tag, jedes Jahr Urlaub in 20 Ländern. Und dann hat er ja mehr Zeit, wieder Musik zu machen. Ach so. Ja, also aus der Sparte als Fan muss ich schon noch sagen, ich würde mir noch Millionen Farin-Urlaub-Songs wünschen und Bela und Rot-Songs. Aber ich würde es Ihnen auch langsam mal gönnen, zu sagen, ey, das war's. Und wie geil wäre das, wenn du und ich, Robin, zusammen nach Berlin zum Abschlusskonzert fahren würden? Ja, auf jeden Fall, aber ich bin gerade echt so ein bisschen unschlüssig, weil, also hier Dunkel war ja jetzt nicht so das Banger-Album, aber wenn man es als Doppel-Album versteht, weil die sind ja mehr oder weniger zeitgleich entstanden, die ganzen Lieder, ist es echt stark. So würde ich schon sagen, dass auch Hell-Top-5-Alben könnte schon drin sein. Für mich ist es das beste Album Hell tatsächlich. Ja, also und da willst du jetzt das dir aufhören, oder was? Nee, aber ich würde noch eins machen. Und Dunkel hat echt Zeit gebraucht einfach. Ich habe es nochmal gehört vor ein paar Tagen und es ist richtig nice. Actually. Ja, es ist nice, es hat Lieder, aber es hat halt auch leider einfach drei, vier Lieder, die für mich gar nicht gehen einfach. Ja, geht schon. Also danach besser, glaube ich. Und Menschen vor allem. Ganz finst. Menschen finde ich witzig, aber auch Bassplay hates the Song könnte auch heißen Tino hates the Song. Ich finde ihn auch nicht gut. Na gut. Aber zu viele genug mit Ärzte-Talk und genug mit Brennpunkt, Robin. Wir sind jetzt schon wieder durch, zeitlich. Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir haben ja alle zu viel zu tun und so. Ja. Ich muss halt wirklich auch direkt dann weiter hier Dinge tun, wenn du hier weggehst. Jetzt habe ich noch die Frage, bevor wir die Woche bewerten, du kannst ja mal, während ich die Woche Revue passieren lasse, sagen, ob wir Destroyer schon eingebaut haben. Haben wir Cobra Man eingebaut? Weil das hatte ich hier mir reingeschrieben. Ja, gerade noch letztes Mal diesen Gag, dass ich halt einen anderen Destroyer-Song und hat dann anbedarf. Ah, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Alles gut. Bei Chemical Romance und hier Krupa-Kopf gehabt. Gut. Dann ist das gut. Also für mich ist die Woche echt nur so eine 2 oder 3. Echt jetzt? Ja. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Und das schon, weil der Tod vom Synchronsprecher von Benjamin Blümchen drin ist. Dann muss ich die Zahl nach oben drücken, weil die Wildfires in Kanada sind schon insane, finde ich. Das Schwanz zeigen ist ein witziges Ding. Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Holocaust Museum ist, glaube ich, letzte Woche, deswegen würde ich es nicht mit reinzählen und der Brand auf Hawaii, glaube ich auch. Aber der Aufstand in New York City, vielleicht, wenn du dir das angucken würdest. Ich nehme es zurück, ich habe deinen Tee völlig vergessen gerade, weil ich gerade mein Name drüber geschaut habe. Du hast recht, wir können gerne höher gehen. Also ich würde auf eine 4, mindestens, glaube ich. Eine 4. Okay. 4 finde ich gerade richtig. 4 für ein brennendes Kanada. Ich meine, die bedanken sich ja noch beim Feuer. Die finden es ja gar nicht so spektakulär. Vermutlich nicht. So, was nimmst du denn für einen Song? Wir kommen jetzt zu unserer Playlist bei Spotify, Brennholz Untermusik, die ihr auch hier bei YouTube und in der Beschreibung finden werdet. Ich war ja jetzt in dem Barbie-Film auch zweimal drin. Einmal mit Mio, einmal mit meinen Brüdern. Und da ist mir aufgefallen, Aqua, die ja auch diesen Barbie-Film, Barbie-Song gemacht hat, Barbie-Girl-Song gemacht haben, ist eigentlich ein geiler Song. Was haben die denn sonst noch so gemacht? Ich habe ein Video entdeckt von jemandem, der macht immer so Reviews zu One-Hit-Wandern in den USA, auch zu Aqua. Und da hat er noch ein paar Songs von denen vorgestellt. Einer davon ist richtig geil und zwar von Aqua, die Barbie-Girl gemacht haben, tue ich den Song Turn Back Time rein, der sehr ernst ist. Die haben auch noch viele Quatsch-Songs gemacht, wie Cartoon-Heroes und so, auch sehr gut. Aber haben auch irgendwann angefangen, Songs zu machen, die relativ ernsthaft waren. Und einer davon tue ich rein, Aqua Turn Back Time in die Brennholz Untermusik-Playlist. Und erfehle euch den Kanal Tod's the Mushroom oder so heißt der, glaube ich. Und dann macht ihr immer so Reviews zu One-Hit-Wandern und die sind richtig gut, die Videos. Okay, das freut mich doch sehr, Tino. Ich hätte zwei Songs, weil bei dem ersten weiß ich nicht, ob der da ist. Dollarzeichen Ono, Dollarzeichen Klick, Faul sein. Oh Gott. Ja, ist drin hier. Ist drin, ja. Ja, geil. Dann gönn den da mal rein. Das ist quasi die Sample, oder ist nicht gesampelt, aber die klauen quasi den Chorus von einem Pippi Langstrumpf-Song und machen da so ein kleines Liedchen draus. Ich habe einen Livestream gemacht am Montag mit Only Up, so ein richtiges, wieder so ein Frust-Game und da habe ich aber Song-Requests angemacht und das war so einer der geilen Songs, die für mich hängen geblieben sind, die Leute quasi eingeschickt haben. Aber geht das wieder bei Switch, dass man Musik spielen darf einfach? Ja, wink, wink. Also das ist natürlich so eine Sache. Ich mache das natürlich nicht und wenn ich es mache, dann verzerre ich die Lieder natürlich alle, das ist keine Copyright-Musik. Und das ist doch hier auch dieses Robben-Radio, wo ich auch mal was gemacht habe. Das ist Nosterradio, ja. Sind das Songs, die darf man einfach spielen? Die sind frei, ja. Das ist alles Copyright-frei. Krass, finde ich witzig. Also hören wir jetzt in der Brennholz-Untermusik-Playlist Turnback-Time von Aqua und Faul sein von Dollarzeichen ohne Dollarzeichen-Klick. Yonko zweimal und Radrick G. Faul sein ist wunderschön, deine Arbeit hat noch Zeit. Und auch spannend, hier kommt dann immer unter der Playlist so Vorschläge, die dazu passen würden. Linksradikaler Schlager von Zwischen und die Anderen. Vater Morgana von ERV. Jesus. Reinhard Krebel, die Doofen. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack. Gut, dann, Leute. Goodbye. Tschüss. Guck mal, da gehen jetzt ja eh alle. Die Redaktion macht schon Schluss jetzt. Die Redaktion macht Schluss. Tschüss, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dir auch. Gut, tschüss. Gut. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Lasst euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Schönen. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.